und herzlich willkommen bei dead by daylight heute nicht mit der zimt und zucker die ist gerade essen ich hoffe sie kommt gleich wieder aber so lange mache ich es mit der ero shiva und der teraphin und der eve und der eve und ja die haben wir zufällig jetzt hier getroffen das ist total witzig erzähl du mal ruhig du hast zuerst mit den gespielt ja also wir haben eigentlich versucht zu dritt gerade uns irgendwie zusammen zu bekommen in eine gruppe also der fletscher die zimt und ich vielleicht sollte es über fertig klicken noch schnell weil alle warten auf dich und irgendwie hat es halt nicht funktioniert ja genau dann habe ich random halt immer wieder versucht zu joinen und das hat nicht funktioniert und dann war ich aber bei der teraphin und ja dann haben wir irgendwie kamen wir ins gespräch und jetzt spielen wir zusammen ja aber ganz witzig und die nächsten folgen werden wahrscheinlich auch mal mit ihr sein aber jetzt wollten wir noch einmal getrennt spielen weil man muss sich das beschnuppern genau bist du das jetzt bin ich ja dann laufe ich dir hinterher jetzt kann ich das spiel ja voll ne ich will ich glaube ich die lieber nach oben hat er dich schon ach komm wirklich ach du scheiße ich wollte fragen ob mit dir alles okay ich habe schon nichts mehr von dir gehört zwei sekunden redet man mal nicht und schon denkt man ich wäre hirn tot da ist ja schon der läuft nur hinterher hier ist irgendwas falsch wie immer halt wer ist denn überhaupt das monster detail auf ihn oder ja das ist sie ich glaube die will mich hilfe ich gehe mal lieber hier in den in den schrank und die sich geheimnis was nichts alles gut ich bin nur im reimer fieber ich habe allerdings meine hände so kalt ich stehe hier im schrank und der teraphin als feind brauchst keine freunde mehr hängt sie jetzt gleich jemanden auf oder nicht ich weiß nicht was ich tun soll jetzt habe ich mich so erschrocken und den kaputt gemacht da hinten auch du gottchen da komme ich doch niemals pünktlich hin müssen die ev retten jungs ja mädel ja jungs es sind wirklich nur eine mädelsrunde und du mittendrin oh gott beschwer ich will das mal ja ist das der hahn im kamm der hahn im korb der hahn im korb und ich habe eine taschenlampe gefunden vielleicht kann ich die taschenlampe auf die teraphin werfen und dann fällt sie um und dann das ist ziemlich in ruhe basement ich habe sie gerettet ich habe sie gerettet ich habe sie gerettet natürlich hast sie gerettet der mann hat sie gerettet das männchen aber wenn sie jetzt noch mal erwischt wird und nicht geheilt wird dann ist sie tut es ist eigentlich für ein monster hast du das schon mitbekommen ja es ist der kettensägentyp oh nein mein herz der ist hier irgendwo ist schon wieder erwischt worden ich sehe sie ja ah mein mädel okay ich versuche sie zu heilen ich habe ihr wehgetan hinter dir okay dann habe ich hier meine ruhe da sehe ich was laufen er 3000 der spiel ja ich habe sich ich habe gerade das brett voll auf slip Oh Gott! Was ist denn das? Wieso verletze ich sie immer? Ich soll da irgendwie leer drücken. Die Leute jetzt nicht hierher! Was ist denn hier los? Ach komm! Ach komm zu mir! Jetzt lass mich sie doch weg! Nein! Aua! Was? Hä? Warum ist sie denn hinter mir? Ah scheiße! Hilf mir! Wie denn? Rettet mich! Wiggle 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 w Eatel w ж ж wr 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 Nein! Nein! Aus! Fuhhh! Nein! 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 Nein 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 nein! Nein! Oh Gott! Hilfe! Ich, ich, ich will hier weg. Nein! Scheiße! Nein! Oh Gott! Wie kann man sich selber heilen, bitte? Man kann sich selber heilen? Ja, hoffentlich. Hey, kann ich nicht die Taschennaschen irgendwie benutzen? Oh Gott! Hey, du stehst ja da hinter den Kisten. Psst, halt doch! Das hört sie doch nicht. Das ist ja das Schöne gerade, dass uns der Feind nicht hören kann. Vielen Dank! Jetzt ist er aber da! Juhu! Und hinter mir, oder? Ach komm! Jetzt lass mich doch in Ruhe! Ich, ich leuchte dich an! Ich komme gar nicht zum Reparieren! Mit meinem Todesstrahl! Irgendwie treuzt sie richtig krass. Ich will auch das Monster sein, dann habt ihr keine zwei Sekunden zum Leben. Ich wollte gerade den Haken reparieren, ich bin so blöd. Sie hat mich schon wieder aufgehangen. Und jetzt bin ich tot! Nein! Nicht der... Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yves, danke! Wie krass! Ich dachte, man ist beim zweiten Mal tot, wenn man an dem Haken hängt. Ja, dachte ich auch! Hä? Ist doch schön! Reparier mal den Generator hier. Es sei denn, du wurdest zwischendurch mal geheilt. Dann erst... Ah, ja, wurde ich! Ah, guck! Ach, wie cool! Wurde die Mann gestupst, das ist nervig. Ich hab den fast fertig. Aber ich hör sie gerade. Also, ich mach hier gerade den Generator, weil ich glaub, hier ist gerade niemand in der Nähe. Nee, die ist bei mir. Ich check das mit dem Space nicht. Was soll ich denn da machen? Du musst drücken, in dieser Fläche. Richtig Space drücken, sonst explodiert das Shit. Ja, aber stimmt, da ist irgendwas angemalt gewesen. Ich muss genau da dann drücken, oder? Ja, entweder, wenn du im Weißen das noch erwischst, dann hast du sogar... Oh nein. Ach, ich muss öfter Space drücken? Nein, einmal. Nein, eine ist tot. Oh, scheiße. Ja, die Yves ist gerade aufgehangen. Oh nein. Und ich schaff's nicht mehr. Rest in Yves. Rest in Yves. Traurige Witze. Wie war denn das mit dem In-Game-Jet? Y, glaube ich. Oh, oh, oh. Ja, nochmal einen Schlag kriegen, super. Ach, ist sie hinter dir? Ich glaube, sie ist bei mir. Ich höre nicht Musik und habe einen Herzschlag. Kann wirklich gut sein, dass sie bei mir ist. Aber ich lauf jetzt zu dir. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Ich glaube schon. Im Schrank. Nee, ich bin nicht... Hä? Ja. Okay, hier ist gerade keiner. Oh, sie sägt mich. Lenk sie mal schön ab, dann kann ich hier mit Space und so und hier alles reparieren. Sie hat mich. Kannst du mich retten? Ach so, wo bist du denn? Im Wald. Ja, genau. Ich bin aber tot. Sie hängt mich das zweite Mal auf. Ach, sie hat dich schon komplett. Ja, es bringt auch nicht mehr Wiggle, Wiggle, Wiggle zu sagen. Ich habe sie mich verpennt. Ah ja, ich sehe es, du bist tot. Okay, ich kann dich, glaube ich, nicht mehr retten, ne? Nein, ich bin tot. Es sei denn, ich überlebe drei Fähle in meinem Herzen. Okay, hast du wohl nicht überlebt, ne? Nein! Ach shit, und jetzt mache ich hier Lärm. Das gibt's doch nicht. Rest in peace. Geopfert. Aber warum laufe ich denn da im Hintergrund? Total unlogisch das Spiel. So schauen. Das ist ja auch noch nicht so geil. Eva, stirbst du gleich? Siehst du mich? Ja, ich sehe dich jetzt. Oh Gott. Aber arm. Der hier, wo du jetzt in der Nähe bist, der ist fast heil. Wo ist der? Der müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Oder ist das der hier überhaupt? Ich kann auch Bullshit erzählen. Ah, ich habe Herzklopfen. Dann renn nicht so schnell. Ach so. Dann hört man dich schneller. Ach, ächeln. Ach so. Wobei, du bist wieso getroffen? Ich glaube, ich habe sie gerade gesehen. Da hinten, ja. Schau mal da. Siehst du? Hinter den Kisten. Lauf weg. Oh nein. Run, boy, run. Aber was soll ich tun? Ich werde wahrscheinlich eh sterben. Ich schaffe es doch nicht alleine. Doch alle, alle Dinger hier zu... Oh Gott. Da kommt sie. Das Problem ist, du wirst getroffen worden. Und du machst so... Die ganze Zeit. Und das hört sich auch, wenn du dich versteckst. Das ist das Problem. Ach so. Oh Gott. Versteck dich am Haken. Ja, genau. Wenn es gehen würde. Dann würde sie ja nie mit mir rechnen. Weiß man's? Das wäre eigentlich total cool, wenn es gehen würde. Ja. Wenn du schon so ein Loch in der Schulter hast vom letzten Mal. Genau. Hänge ich mich einfach auf meinem passenden... Streck das, let's play. Streck das, let's play. Schulterloch auf und dann zeige ich Hörer. Da hustet jemand. Bin ich das? Das bist du. Bist du unter Stress? Ein bisschen. Boom! Du guckst mir jetzt zu? Ja, ich gucke dir immer noch zu. Aber ich kann leider nicht die Kamera selber steuern. Ja, und steuern geht auch nicht. Okay, also sie ist hier jetzt überhaupt nicht in der Nähe, würde ich ja mal meinen. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Hitze... Oh, 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 oh. Entweder sucht sie sich präzise oder sie läuft die Generatoren ab. Und da du noch viel reparieren musst, wir haben nicht mal einen repariert. Schande über mich. Aber ich hatte auch gerade Herzklopfen. Also sie ist hier irgendwo. Da kommst du nicht rüber. Da bin ich auch fast reingelaufen vorhin. Hä? Gewölbe? Da kannst du. Ah. Gewölbe. Ich glaube, sie ist hinter dir links. Ich glaube auch. Von dir. Ich gehe mal da rein. Ja, genau. Du kommst nie wieder raus. Da hört man dich sogar noch heilen. Ja, geh nach oben. Da kannst du runterspringen. Warte, bis sie da ist oder so. Suchen? Hä? Wusste ich gar nicht, dass es geht. Ach so? Was ist denn das? Weiß auch nicht. Jetzt passiert nichts mehr. Da kann ich mich, glaube ich, heilen. Deswegen mache ich das. Sie ist hinter dir. Sie ist hinter dir. Hör auf mit der Suche. Nein. Was hast du gefunden? Nix. War doch nicht so weit. Was hast du es geschafft runterzulaufen? Wiggel, 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 wiggel. Das schaffst du. Das schaffst du sogar noch. Wiggel, wiggel, wiggel. Ah. Du Mistkerl. Ich will hier weg. Lass mich los. Ich will nicht mehr. Er will dich in den Keller bringen. Äh, sie will dich in den Keller bringen. Er, sie, es will dich in den Keller bringen. Lass mich runter. Lass mich runter. Scheiße. Ah. Raus. Raus. Rübelbel. Nein, nein. Da geht's ja gar nicht weiter. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Ah. Perfekt. Perfekt. Oh Gott, ich muss hier weg. Scheiße. Lacken baum. Scheiße, ich muss hier weg. Ja, er lauft durch die Krähen. Ach so, das ist eine dumme Idee. Das ist wohl eine dumme Idee, oh Gott. Vermeide die Krähen. Ich vermeide die Krähen. Okay, ich glaube, sie ist irgendwo dahinten. Ich weiß nicht, ob die Krähen was zu bedeuten haben oder nicht. Deutsche. Hey. Hey, Zimt, da bist du ja. Wir haben dich übergangen. Hey. Wir nehmen gerade auf. Ich hab schnell gegessen. Wir nehmen gerade auf. Eine Folge. Ist das schlimm? Jetzt musst du ja nein sagen. Nein. Okay. Weil, es hat sich gerade so ergeben, weißt du? Seid ihr schon im Spiel? Wir spielen gerade. Wir sind gleich fertig. Ich schiebe ein Stück gleich. Haha. Bei der nächsten Runde wäre ich dabei. Super. Sehr geil. Das Spiel hat einen Suchtfaktor. Over 9000. Und ich muss gerade schauen. Ich glaube, die Tyrafin ist hier irgendwo in der Nähe. Darf sie das? Ich hör sie. Dachte auf rechts was, hab ich gehört. Aber da war ja die Mauer. Ah! Oh Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab das Viech auch gesehen. Und ich dachte, gerade Batman kommt. Oder so. Ja! Oh Gott. Ich hab gedacht, dass hat jeder für einen neuen Skill hier. Er springt so hoch. Oh Gott. Was war das? Entschuldigung. War das gar nicht klar, oder? Nein, das war die Gruselmusik. Ja, ja. Gruselmusik kann ich auch alleine machen. Grusel, Grusel, Grusel. Nein, der ist zu einfach. Leise. Ah! Nein! Nein! Wiggel, 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 Wiggel. Ich hab's zu spät gesehen, da hab ich voll gedrückt. Wunderschönes Gesicht. Oh nein. Oh nein. Oh. Error, Shiva, tot. Abmoderation, geh ran. Shiva, sie ist zuletzt gestorben. Error. Error. Error, Shiva. Error, bist du gestorben? Ich bin jetzt tot. Ganz toll, tot. Viel Ergebnis tot. Das war das Leben. Ja. Oh Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Danke, Shiva, fürs Strecken des Let's Plays. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.